Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Channeling Kongress mit dem Titel Aktivierung der Schöpferkraft. Ich finde, dass dieser Titel ganz genau passt zu dieser Zeit, denn wir Menschen kehren tatsächlich zu unserer Schöpferkraft zurück. Unsere Feinfühligkeit tut sich gerade sehr stark aktivieren, auch unsere Intuition, teilweise auch unsere telepathischen Kräfte. Wir kehren zurück, auch unsere Systeme, unsere Chakrensysteme kehren ebenso zu dem Ursprung zurück. Und auch unsere Erde, unser Planet Erde, kehrt zu ihrer lichtvollen Matrix zurück. Also wir befinden uns gerade in so einem Prozess und dieser Prozess geht sehr, sehr schnell. Vielleicht haben wir auch nicht erwartet vor ein paar Jahren, dass diese Zeit oder diese Entwicklung sich so schnell entwickeln wird. Viele Menschen haben momentan eben verstärkte Wahrnehmungen, denn unsere karmischen Angelegenheiten reinigen, sie sich auch verstärkt. Und manchmal fühlen wir uns erschöpft, manchmal fühlen wir uns melancholisch oder viele Menschen erzählen, ja, ich fühle sogar so leichte Depression. Aber es ist deswegen, weil wir uns in dieser Zeit so stark reinigen und so viele Angelegenheiten, die uns belasten, dass wir sie eben abgeben. Ich möchte heute mit euch eine Meditation machen. Ich mache das, oder ich habe das bis jetzt bei jedem Beitrag beim Channeling-Kongress gemacht, denn die Lichtwesen und die Playada, die mit mir immer wieder kommunizieren, möchten euch einfach eine stärkende Meditation schenken. Ich weiß noch nicht, was es kommt. Ich weiß noch nicht, welches Thema kommt. Ich weiß nicht, welche Worte durch mich kommen, aber ich weiß, dass diese Worte heilend sind und dass diese Worte das Licht in eurer Seele aktivieren werden. In dem Augenblick hier und jetzt kann sich deine Seele ausdehnen. Deine Seele kann ihre Schönheit zeigen, ihre Farben und ihre Schwingung. Im Hier und Jetzt kann sich deine Seele mit der Schwingung des Kosmos verbinden. Und jetzt kann ich deine Seele mit dem Einschränken sehen.